Wir sind natürlich enttäuscht. Ich glaube, wir haben uns das anders vorgestellt gegen so eine Mannschaft wie Manchester City. Eine absolute Weltklasse, wenn nicht im Moment die absolute Top-Mannschaft in Europa. Und Fußball ist nun mal ein Ergebnissport und es wird dann immer alles am Ergebnis festgemacht. Trotzdem muss man schon ein bisschen differenzierter auch die Dinge betrachten. Ich denke schon, dass wir unsere Möglichkeiten hatten. Wir haben sehr, sehr gut angefangen. Wir haben Möglichkeiten gehabt, durchaus auch in Führung zu gehen und bekommen dann durch einen Distanzschuss das 1 zu 0. Sind dann in Rückstand geraten, kommen dann eigentlich in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut ins Spiel. Haben dann auch die ein oder andere Chance gehabt, durchaus auch den Ausgleich zu erzielen. Und es ist nun mal so, auf diesem Niveau, gegen so eine Mannschaft darfst du dir nichts, nichts erlauben. Kein zu spät kommen, keine hundertstel Sekunde, keinen Fehler, weil der sofort gnadenlos bestraft worden ist, so wie es uns dann passiert ist und nach dem 2 zu 0 haben wir dann doch große Probleme gehabt und auch dann noch das 3 zu 0 kassiert und ich habe beim Stand von 2 zu 0 noch, Hassan sitzt ja immer neben mir, gesagt, egal, komm, lass uns, oder auch beim Stand von 3 zu 0, lass uns irgendwie noch ein Tor erzielen, weil es ist immer im Fußball alles möglich. Und es bringt jetzt auch nichts groß zu lamentieren und jetzt irgendwie alles negativ zu sehen. Wir haben die große Möglichkeit, deutscher Meister zu werden. Es ist alles sehr, sehr eng. Das heißt, wir können es uns jetzt nicht erlauben, jetzt hier groß in Gedanken zu versinken, sondern wir müssen sofort am Samstag jetzt nachlegen und dann, dann gibt es immer noch ein Rückspiel. Ja, sieht nicht so gut aus. Nur ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt, vieles erlebt und wir haben auch die Pflicht. Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel nochmal alles, alles, was möglich ist, reinzuwerfen, alles zu versuchen und unseren Fans hier, unseren Fans in München, aber auch unseren Fans auf der ganzen Welt zu zeigen, dass wir eben nicht jetzt zu enttäuscht sind und aufgeben, sondern nochmal versuchen, alles im Rückspiel reinzuwerfen. Ja, ich wünsche allen jetzt, auch wenn es nicht ganz so einfach ist, wünsche allen jetzt noch trotzdem einen entspannten Abend. Genießen Sie noch den Abend und dann allen, morgen sehen wir uns ja sicherlich am Flughafen, dann allen eine entspannte Heimfahrt. Ich danke euch. Dankeschön. Applaus Dankeschön. 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 Dankeschön.